Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem KSV. Ja, was für eine Aussicht könnte man hier sagen, ne? Und dann die Musik dazu im Hintergrund. Erinnert mich so ein bisschen an die Superhumis, die hatten das ja auch in einem Video, glaube ich. Das fand ich ziemlich cool. Hätte ich eigentlich mal Bock auf so eine ganz schöne Stadionreise. Ah, sieht schon geil aus, so, ne? Bisschen geht's jetzt zum Spiel. Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Jo, eigentlich gibt's da nicht viel zu sagen. Außer Anstoß. Royal London Stadium, DFB-Pokal. Aha, interessant. Interessant. Das heißt, wir müssen heute, äh, Gewinne, Gewinne, Gewinne raushauen, ne? Was ist denn hier eigentlich, ist das noch? Weiß ich gar nicht, was hier gerade los ist. Ich hab mich da nicht so drauf vorbereitet. Einfach mal wieder aufgenommen. Ich hab gestern nichts rausgehauen. Also, ja, gestern kam nichts raus. Dafür aber heute wieder. Gestern haben die Bayern ja, äh, gegen Arsenal gespielt. Und 3 zu 1 gewonnen. Ich hab's leider nur im Radio verfolgen können. So, wir sehen hier nochmal den Kader. Äh, der Otaldo ist auch dabei. Yeah. Gut. Ähm. Legen wir einfach mal los. Worum steht da der Klotaldo? Und, äh, Leverkusen will heute verputzt werden. Erstmal hier locker in das Spiel hineinfinden. Heute noch gar kein PS gespielt. Ist aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, da es jetzt gerade 0 Uhr 21 ist. Also, an dem Tag, an dem ich es aufnehme, an dem seht ihr es auch. Von daher. Huch. Das war eigentlich nicht so geplant. Ich wollte eigentlich nach oben spielen, zur Repairie. Aber die Flanke ging ja in eine ganz andere Richtung. Na gut. Komisch, dass der so hart gekommen ist. Macht ja nichts. Wir kommen gerne hart. Sehr gut. Das war alles ein bisschen ungeplant. Ach. Jetzt weiß ich warum. Ich habe eben gerade Viereck gedrückt. Weil ich irgendwie da flanken mit wollte. Aber das ist ja hier bei PS ja ganz anders. Oh. Oh. Ah. Schade. Erstmal hier ein bisschen ins Spiel hineinfinden. Bevor ich zum ersten Kommen komme. Ich habe gar nicht drauf geachtet, mit welchen Auflösungen ich aufnehme. Ah ja. Okay. Alles richtig. Alles bestens. So. Zack. Da. Die Verteidigung hat gepennt. Und dann ist das Ding auch schon drin. Hier sieht eigentlich cool aus. Okay. Oakley Doakley. 1 zu 0. Und dann kann ich ja eigentlich mit der ersten Frage anfangen. Welche Teams magst du überhaupt nicht? War die Frage von Mats. Und das ist ganz einfach. Eigentlich gibt es keine Teams, die ich nicht mag. Also. Wo ich sage, boah, die hasse ich oder sowas. Das gibt es eigentlich nicht. Äh. Oder gibt es da irgendwas? Nö. Eigentlich nicht. Nö. 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 Weg. Weg. Sehr schön. Toni Kroos. Sehr schön. Weiter geht's. Nein. Schade. Das war eine super Aktion hier von uns. Durchgeführt. Kroos zurück. Aufurteilt. Wieder auf Kroos. Toni Kroos hat ja auch das 1 zu 0 geschossen, glaube ich. Gegen Arsenal. Und die Prognose war da gar nicht einmal so verkehrt. Jo. Juhu. Das gibt es ja nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht wegzuschießen. Ihr Schweine. Na. Gib mir noch was hin. Äh. Gibt es ein Team, das ich überhaupt nicht mag? Hm. Da muss ich erstmal ganz doll nachdenken. Hm. Ein Team, das ich nicht mag. Also ich habe ja schon mal gesagt früher, ähm, dass ich Dortmund nicht so gerne mag. Aber halt nicht irgendwie so, boah, die hasse ich oder irgendwie sowas. Das war einfach auch nur, weil früher ein Kumpel von mir, der war Dortmund-Fan und, äh, da mochte ich die einfach nicht. Das war einfach so. Ich mochte Bayern und, äh, äh, Dortmund und das war einfach, einfach so. War einfach so. Aber so richtig, so bäh und so weiter und Hass und solche Sachen. Ne, eigentlich. Weg. Weg. Das gibt es eigentlich nicht bei mir. Ähm. Wird mir jetzt auch keins so einfallen. Entweder fällt mir da nichts ein. Nö, kommt mir nicht drauf. Eigentlich, äh, alles total yin und yang und so für ausgeglichen. Oh, was ein schlechter Spielzug. Oh ja, ja, ja. Ähm, nächste Frage wäre, welchen Spieler magst du nicht? Und, äh, äh, eine Zeit lang mochte ich den Christiano, äh, Ronaldo nicht. Aber das ist ja jetzt hier mein Kumpel geworden. Und, ähm, woran lag das, dass ich den Ronaldo nicht mochte? Weil er immer so eine theatralische Art hatte. Äh, er ist immer so hingefallen, hat geguckt, Oh, Schiri, hier, Schiri, hier. Oh, der hat mich angestopst. Äh, alles gebrochen. Äh. Und hat sich dann erst hingeworfen, wenn er glaubte, er hatte Schmerzen oder irgendwie sowas. Guckt dann noch extra nach, ob der Schiedsrichter da guckt. Und das fand ich dann richtig ätzend. Also, ja, das, äh, war nicht so meins. So von der Attitude mochte ich das nicht. So eine Attitude ist voll ätzend und so. Aber inzwischen, ist mir das eigentlich auch egal. Weil er jetzt ja hier so mein Kumpel ist. Cristiano Ronaldo, Rotaldo. Ja, sehr schön. Sehr schön, Gomez. Jetzt in die Mitte ablegen. Nein, sorry. Nicht hingekriegt. Ah, zu spät. Ähm, nö, eigentlich gibt es da keinen. Fällt mir jetzt kein besonderer ein. Wie üblich. Ich, aber ich kenne ja auch nicht so viele Spiele. Also, von daher. War das eigentlich schon ganz gut. So mit den, äh, Hass Attitude. Ai, 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 ai. Ähm, die nächste Frage wäre, was glaubst du, wer gewinnt die Champions League? Hm. Also, wäre schön, wenn die Bayern gewinnen würden. Aber es könnte natürlich auch sein, dass sie es nicht schaffen. Und, da bin ich sogar fast sicher, dass das sogar passieren könnte. Obwohl Bayern ja ziemlich gut ist. Oh! Ah, ihr Spacken. Wir müssen vorne mit Dinger machen und die müsst ihr hinten aufpassen. Fünf Mann schaffen es nicht. Oder sechs sogar. Ah, das ist ja ätzend. Ja, dann kann Neuer am Ende auch nichts mehr machen. Wie fandet ihr Neuer eigentlich gestern in dem Spiel gegen Arsenal? Das 1 zu 3, also das Tor für Arsenal. Habe ich irgendwie so rausgehört? War wohl irgendwie so ein bisschen Torwartfehler mit, weil er da nie gefordert wird. Ja, sehr schön. Der falsche Mann. Shit. Ich muss jetzt hier weggrätschen. Renato. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Ja, 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 ja. Schön. Ja, sehr schön. Über außen. Spitzenklasse. Oh! Ei, 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 ei. 1 zu 1 zur Halbzeit. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir also weiter. Also, was glaube ich? Ich weiß es echt nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Real Madrid. Aber da bin ich auch nicht so wirklich sicher. Bayern wäre schon ein Favorit von mir, aber so hundertprozentig kann man es nicht sagen. Muss man erstmal vielleicht ein bisschen abwarten. Äh, so bis, bis man ein bisschen mehr sieht, wer sich wie entwickelt. Also, welches Team sich wie entwickelt. Och. Scheißen. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne dazu sagen, was ihr glaubt. Wer wird sich wie entwickeln? Fuck you, fuck you, fuck you. Dieser verschissene Spybot geht einfach hier auf. Alter Schwede. Geht einfach mal das Pissding hier auf. Verscheiß dich endlich. Mitten im Spiel, ey. Seid ihr denn bescheuert? Ich sehe nichts. So, meine Güte. Das hat mich ja richtig angekostet. Schön. Weiter geht's. Toni Kroos. Da ist er jetzt. Alter. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er mir da den Ball zurückgibt. Boah. Was für auch eine ätzende Geschichte. Gerade mitten im Spiel sehe ich nichts mehr. Alles weiß, weil da so ein behindertes Kackfenster aufgeht. Hm. Ja. Scheiß mich an. Oh nein. Das hätte doch da drin sein. Ein fieser Winkel. Das Tor war offen. Er lag doch nur da. Nein. Nein. Oh. Ich dreh durch. Ach du heiliger Bim Bam. Das hätte doch das Ding sein müssen. Das Tor. Spiel doch hoch. Wie sage ich denen denn, dass sie hoch spielen sollen? So. Genau so. Ja. Der ist gleich weg. So ätzend, ey. Arsch. Wie aggressiv hier. Das Tor ging nicht rein. Behinderte. Spyboard Surgeon. Destroy geht auf. Mann, 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 Mann. So. Haben wir die Pille jetzt. Gegen Sidney Sam. Ja. 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 Hm. Hm. Ist richtig. Ja, klar. Hm. Schön erstmal umgegrätscht da im Strafraum. Ja, klar. Alles bestens. Hm. Alter Schwede. Ach, nee. Ja, nee. Ist klar. Merk's selbst, ne? Ist richtig. Schwede weiter. Go, 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 go. Bist du doof oder was? Ey, wir haben... Wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen Torschießen. Alter. Ja, ich reg mich jetzt hier auf. Aber richtig. Ecke. Willen Gomez den köpfen wollte, weiß ich nicht. Hm. So eine Scheiße. Oh, Mann. Nee, 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 nee. Jetzt muss ich mich hier richtig konzentrieren. Ja, haben die auch verdient, die Spacken. Sehr gut. Sehr gut. Oben steht der. Oben, oben, oben. So ein Scheiß. Das gibt's ja nicht. Oh. Alter, Jungens. Ich hau euch alle kaputt. Keine 10 Minuten mehr. Keine 10 Minuten. Dann geht's in die Verlängerung. Oder nicht? Wo sind wir eigentlich hier? Gruppen... Ist alles immer K.O., ne? Ist alles hier K.O. Ja, ey, dreh dich noch langsamer. Ey. Schnauze. Ja, das regt mich echt hier auf. Wir hätten hier... Die Dinger machen können. Jetzt eben gerade so ein Mist gespielt. Ja, ey, fuck you. Richtig, oh Talod. Sag's ihm. Hm. Ja. Hau rein. Sehr schön. Jetzt nochmal ein Freischusstor. Super. Super. Ja, versuch es. Aber schafft er wahrscheinlich nicht. Ja, versuch es. Ja. Da dreht er durch. Mann, 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 Mann. Sorry, Leute. Da konnte ich nicht mehr reden. Hat mich das mit Hass erfüllt hier, wie wir gespielt haben? So eng war das. Und wie knapp. Wie macht er den denn hier? Oh, da kommt keiner mehr ran. Ei, ei, ei. Also. Blutdruck runterfahren. Und gewonnen. Oh, fertig. Es gibt es ja nicht. In letzter Minute. Letzter Sekunde. Gewonnen noch. Mann, 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 Mann. Ja, da bin ich schon am halb durchdrehen gewesen. Unser nächster Gegner ist der HSV. Der HSV ist unser nächster Gegner. War das eine anstrengende Partie? Meine Güte. So, weißt du was? Du bist Man of the Magic. Mhm, kriegst hier den Ratz. Aha, alles klar. 92. Weiter geht's. Zeit vorstellen. Keine Angebote? Will mich keiner? Dich möchte keiner kaufen. Yeah. Oder doch? Ich glaub nicht. Stuttgart. Mhm, mhm, mhm. Heutige Aufstellung. Yeah. Ist gut drauf. Sehr schön. Ja, mich will keiner. Das ist gut. Dann sind wir. Oh, ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn ich ein bisschen am Durchdrehen war zwischendurch. Ähm. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Gerne wieder mit weiteren Themen. Danke an Mats für die aktuellen Themen, die ich hier angeschnitten habe. Und, äh. Damit grüße ich alle anderen, die hier zuschauen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.